Adieu ist ein französischer Spieler, der in Rising Sun zum ersten Mal vorkommt. Als einer der drei U23-Spieler wurde der gestandene Superstar, unter anderem mit Sedan, für Frankreich beim Olympia-Turnier in Rising Sun nominiert. Angelehnt an Thierry Henry trägt der Schwimmer die Nummer 14, was Henrys Rückennummer bei Arsenal zum Beispiel war. Frankreich erreichte das Halbfinale, ging gegen Brasilien sang und klanglos 2 zu 6 unter.